Ein Suizid ist keine einfache Angelegenheit. Besser also, Sie begeben sich dafür in professionelle Hände. Unsere Klinik begleitet Ihre Patienten bei einer rundum gelungenen Freitoderfahrung. Nach dem ersten Schluck haben Sie genau drei Minuten. Nicht mehr. Gute Reise. Danke, Doktor. Wir organisieren traumhafte letzte Momente. Kümmern uns um organisatorische Angelegenheiten. Ich möchte der Erste sein, der heute Morgen stirbt, okay? Und auch extravagante, suizidale Wünsche. Ich wusste gar nicht, dass man auch beim Verbrennen mal sterben kann. Das hätte ich gern. Werden gewichenhaft erfüllt. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt. Wer weiß für weh. Gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. Gute Reise. Unsere Klinik wurde genau deswegen erfunden, um, um dem Selbstmord mehr Würde zu geben. Gute Reise. Gute Reise.